Peter, ich habe vorhin eine kleine Blitzumfrage gemacht. Was glaubt ihr, seit wann es Umweltaktivismus gibt? Und da waren die meisten spontanen Antworten so etwa seit den Atomkraftgegnern der 70er, 80er Jahre. Und das waren von Anfang an auch eher so linke Gestalten. Stimmt dieses Bild? Nein, würde ich jetzt mal sagen. Ja, richtig ist, dass die Umweltbewegung in den 70er Jahren richtig groß geworden ist und dass es vor allen Dingen in Deutschland eine Anti-Atomkraftbewegung war. Insofern ist der Eindruck nicht ganz falsch. Man kann aber noch weiter zurückgehen. Es gibt so Ende des 19. Jahrhunderts, als die Industrialisierung und Urbanisierung in Deutschland richtig einsetzt, gibt es schon Leute, die sich da Gedanken machen, wobei die so mehr einzelne Denkmäler, Landschaften und so im Kopf haben. Also es ist nicht ganz Umweltschutz im modernen Sinn, aber es sind die Anfänger. Also wenn man es historisch korrekt angeht, kann man sagen, ja, es entsteht Ende des 19. Jahrhunderts, sowas wie eine Umweltbewegung. Und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich schon vorher Gedanken gemacht haben, zum Beispiel der Alexander von Humboldt oder auch Karl Marx in seinen Schriften, die immer wieder auf Naturzerstörung hinweisen. Also eigentlich ist das Thema gute 200 Jahre alt. Gute 200 Jahre und Alexander von Humboldt ist jetzt nicht unbedingt verdächtig, würde ich sagen, ein brauner Vordenker zu sein. Karl Marx sowieso nicht. Woher kommen da die braunen Wurzeln? Also für mich ist es so, dass ich als erste Umweltbewegung die Lebensreform und Heimatschutzbewegung ansetze, die in Deutschland so Ende des 19. Jahrhunderts aufkommt. Das sind zum einen Leute, die der Meinung sind, man müsste sozusagen sein ganzes Leben individuell umkrempeln, andere Ernährung, andere Kleidung. FKK gehört dazu, raus aufs Land, zurück zur Natur, also sowohl als individueller Verhaltenswandel, anderes Leben führen, aber auch als politisch-gesellschaftlichen Ansatz, die Gesellschaft zu verändern. Und das Problem an dieser Lebensreformbewegung ist, dass die halt einen konservativ-reaktionären bis völkisch-antisemitischen Background hat und dass da immer die Vorstellung mitschwang, dass diese moderne Gesellschaft, zum Beispiel auch die moderne Medizin, das Impfen, würde zu einer Degeneration der Menschheit, vor allen Dingen der weißen Rasse, der germanisch-deutschen Rasse beitragen. Und deswegen müsste man das stoppen. Also an einem Beispiel des Impfen, Tuberkulose-Impfung, war verpönt in diesen Kreisen, weil man sagte, man würde der Natur ins Handwerk pfuschen. Und diejenigen, die sozusagen erbbiologisch minderwertig sind, die würden durch solche Krankheiten ausgelöscht, die könnten sich nicht fortpflanzen. Das würde sozusagen eine Verbesserung des menschlichen Genmaterials mit sich bringen und da pfuscht man jetzt der Natur ins Handwerk. Also man sieht, da gibt es so rassenhygienisch-eugenische Begründungen und deswegen kann man diese Lebensreformbewegung und auch den Heimatschutz, der Heimat verstanden hat, so als Baustein für ein Nationalgefühl, für das kleine Vaterland, also sehr stark nationalistisch konnotiert. Und deswegen sind diese Anfänge der Umweltbewegung politisch rechts zu verorten. Impfgegner gibt es jetzt, weil du sie gerade angesprochen hast, als Beispiel gibt es ja heute auch noch oder beziehungsweise wieder. Stehen die da so mehr oder weniger, würdest du sagen, in direkter Tradition zu diesen Anfängen oder kommt es noch aus anderen Ecken? Naja, also ich denke mir, dass es wahrscheinlich drei Motivationen gibt für Impfgegner. Das eine ist eine gewisse Verunsicherheit, auch das Wissen darum, dass die moderne Medizin auch mal falsch liegen kann. Ängste vor der Pharmaindustrie, ich meine, wir hatten inzwischen sowas wie Kontergan-Skandal und so. Also das heißt, das ist so ein Aspekt, wo ich mir denke, es hat schon einen gewissen rationalen Kern, dass man da vorsichtig ist. Das andere ist natürlich dann, da geht es mehr in die Esoterik, so eine Haltung, grundsätzliche Haltung gegen Naturwissenschaft, gegen naturwissenschaftliche Erkenntnis. Da wird es dann schon problematisch. Und was man dann schon auch noch findet bei Impfgegnern, ist so die Vorstellung, ja, also der Körper muss sich kräftigen, der muss an Herausforderungen wachsen, der muss eben auch an Bakterien und Viren wachsen. Das ist sehr stark auch, findet man das bei anthroposophischen Impfgegnern. Und da gibt es tatsächlich so eine gewisse Traditionslinie, die da zurückgeht auf diese Impfgegner im späten 19. Jahrhundert, auf diesen lebensreformerischen Kontext. Also da würde dann im Regelfall jetzt, abgesehen von irgendwelchen offenen Rechten, nicht mehr offen eugenisch, rassenhygienisch argumentiert. Aber es geht natürlich sowieso von wegen der Starke jetzt aus oder der Körper wird gestärkt, da schwingt es schon mit. Ja, ich wollte gerade sagen, also der Aspekt, dass der Körper dabei halt im Zweifelsfall nicht nur gestärkt wird, sondern auch draufgehen könnte, ist dann sozusagen etwas, was billigend in Kauf genommen oder eher verleugnet wird. Wenn man sich anguckt, wie im 19. Jahrhundert, gerade auch vor der Entdeckung von Bakterien und Viren, wie viele Leute da an wirklich einfach zu behandelnden Krankheiten gestorben sind, dann sieht man, dass diese Form der Impfgegnerschaft, die da Ende des 19. Jahrhunderts aufkommt, dass die wirklich absurd und menschenfeindlich ist. Also so Dinge wie, sagen wir mal, nackt baden, keine Wurst mehr essen, persönlich sich nicht impfen lassen, das sind Dinge, die so mit individuellem Verhalten zu tun haben. Gibt es auch sowas wie Vordenker, sowas wie bedeutende Philosophen dieser Szene? Puh, bedeutende Philosophen, naja, würde ich sie jetzt eher nicht nennen, sondern eher Scharlatane. Der Punkt ist, dass jede einzelne dieser angestrebten Änderungen, also dass man jetzt nackt badet oder sich anders ernährt, sei ja jedem unbenommen, das kann ja auch ganz gut sein. Hier kommt es wirklich auf den Kontext an. Also einer der Begründer dieser FKK-Bewegung ist der Richard Ungewitter, lustiger Name. Und der stellt es halt ganz klar in einen rassistischen Kontext. Also er sagt, die deutsche Frau, wenn sie öfter einen deutschen Mann nackt sehen würde, dann würde sie nicht den Ausländern hinterherlaufen. Man würde dann, allein dadurch, dass man sich nackt begegnet, würde man auch besser abschätzen können, was für biologische Potenzial oder Nicht-Potenzial der Betreffende hat. Also entscheidend ist da wirklich der Kontext. Also ich finde, es ist nichts dagegen zu sagen, wenn sich Leute vegetarisch ernähren oder nackt baden oder was auch immer. Aber entscheidend ist da dieser ideologische Kontext und der ist überwiegend in dieser Lebensreform-Bewegung, eben in dieser eugenisch-rassenhygienischen, bei den Heimatschützern am Anfang eher konservativ-reaktionär, dann mehr und mehr völkisch-nationalistischen Kontext zu sehen und deswegen ist das problematisch. Und wie gesagt, Umweltschutz jetzt im modernen Sinn haben die sowieso noch nicht am Hut. Das sind so Anfänge und es findet auch nicht wirklich eine Reflexion darüber statt, was denn nun eigentlich der Antrieb für Industrialisierung und Urbanisierung ist, wo man da wirklich einsetzen könnte. Also irgendeine Form von Kapitalismuskritik, wie sie dann ab den 70er Jahren für Teile der Umweltbewegung relevant wird, das fehlt da natürlich völlig. Also es gibt so kleine Ausnahmen, vielleicht die Naturfreunde aus dem sozialdemokratischen Spektrum, aber die sind ja nun in erster Linie auch ein Freizeit- und Tourismusverein, der jetzt nicht so direkt politisch agiert hat. Ist das jetzt eigentlich alles eher so eine Sache des deutschsprachigen Raumes? Ja, es ist bis zum gewissen Grad auch eine Sache, die sich im amerikanischen Raum findet. Also da gibt es auch sowas wie eine Lebensreformbewegung. Wir kennen alle die Kellogg's Cornflags und Kellogg's war ein Lebensreformer in den USA, ganz wichtige Figur. Und der hat das auch in diesen eugenischen Zusammenhang von Auslese, Degeneration, der Stärkere muss überleben gestellt. Also da gibt es in den zwischen USA und Deutschland zumindest oder im deutschsprachigen Raum, muss man eigentlich sagen, gibt es schon gewisse Parallelen. Ich würde mal behaupten, dass man dem Mainstream heutzutage nicht mehr unbedingt so Begriffe wie Eugenik oder wir müssen hier unsere völkische Heimatschützer oder so um die Ohren hauen kann. Wie treten denn so rechte Umweltschützer heutzutage auf? Was haben die für Begrifflichkeiten? Vielleicht mal kurz, um nochmal zurückzugehen. In den 60er, 70er Jahren wandelt sich das Bild. Also seit der Zeit wird eigentlich Umweltschutz und zwar durchaus zu Recht eher im linken Spektrum verortet, sowohl was die öffentliche Wahrnehmung als auch das Selbstverständnis der Leute betrifft. Also da tritt dann ein Wechsel ein und da hat natürlich auch was zu tun mit der neuen Linken, die aufkommt, mit der Hinwendung auch von linken Gruppen zu diesem Umweltthema. Aber die Rechte bleiben nach wie vor aktiv und wesentliche Punkte sind oder bleiben für die Rechten zum einen dieser erbbiologische Aspekt, rassenhygienische Aspekt, auch wenn es dann nicht so deutlich gesagt wird. Der andere Punkt ist immer die Vorstellung von Autarkie, also dass man möglichst die Lebensmittelversorgung, die Energieversorgung im eigenen Land haben soll, um sich nicht abhängig zu machen vom Ausland. Das findet sich in Programmen der NPD, aber auch der FPÖ. Was ganz typisch ist auch für rechte Zugänge ist so dieser, ich nenne es mal Ökomalthusianismus, also die These, es gibt zu viele Menschen und zwar im Süden und die sollten möglichst weniger werden und die darf man auf keinen Fall hier reinlassen. Also paradigmatisch ist da wahrscheinlich der Björn Höcke, der ja da 2015 diese berüchtigte Rede gehalten hat über die unterschiedlichen Reproduktionsstrategien angeblich von Afrikanern und Europäern und dann schließt, Deutschland müsste die Grenze schließen, um die Afrikaner zu einer, wie er es nannte, ökologisch nachhaltigen Bevölkerungspolitik zu bewegen. Das ist so eine typische, moderne, rechtsökologische Argumentationsfigur. Wenn man es jetzt mal so ein bisschen nochmal sich anschaut, in welchem oder welche Gruppen gibt es, die so aus der rechten bis offenen Nazi-Szene aktiv sind, im Umweltbereich sind es vor allen Dingen die völkischen Siedler, von denen es ja gut tausend Leute wahrscheinlich gibt, die so aufs Land gehen, Bauernhöfe kaufen, dort als Ökolandwirte auftreten und auch versuchen vor Ort dann das gesellschaftliche Klima zu beeinflussen, in Initiativen versuchen mitzumischen. Man hat diese autonomen Nationalisten, den kann man glaube ich auf YouTube beim veganen Kochen zugucken. Es gibt so aus dem Umfeld der neuen Rechten von Alain de Benoit, das ist der französische Vordenker, so Versuche diese ganze Postwachstumsdebatte aufzugreifen und im Sinne der Rechten zu instrumentalisieren. Es gibt die Identitären, die von einer regionalen Wirtschaft sprechen, die ökologischer sein sollen, inzwischen da ihr regionales Bier anbieten. Also es gibt da nach wie vor von rechts so einen gewissen Zugang und Versuch, dieses Thema aufzugreifen, wobei ich mir denke, da gibt es sicher zum einen Überzeugungstäter und zum anderen Leute, die es instrumentalisieren wollen. Beide sind gleichermaßen gefährlich und deswegen muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen, versuchen die Argumentationsfiguren aufzuspüren, kennenzulernen und sich dann da klar dagegen zu positionieren. Du beobachtest diese Szene ja jetzt auch schon nicht erst seit gestern, also dein Buch Grüne Braune ist, wenn ich das richtig sehe, 2014 erschienen, ist aber auch schon in den 90ern schon publiziert. Diese ganzen verschiedenen Strömungen, die du jetzt gerade angerissen hast, das ist ja schon sehr unterschiedlich. Also auf der einen Seite hast du dann ja schon irgendwie so ein bisschen was wie ein Versuch der Kapitalismuskritik, wenn es halt um so Postwachstum geht und dann auf der anderen Seite so esoterische Anwandlungen und wiederum auch so ganz knallharten, wir wollen hier unseren autarken Nationalstarknützlichkeitsgedanken, werden die größer in den letzten Jahren? Naja, eigentlich ist es so, dass diese Traditionslinie aus der Lebensreform und aus dem Heimatschutz, der ist in Deutschland noch bis Anfang der 80er Jahre wichtig, die prägen noch die Anfangszeit, die Gründungsphase der Grünen, so bis 1980. Danach verschwinden diese Gruppen eigentlich und sind jetzt, wenn überhaupt noch vorhanden, völlig marginal. Und da ist so ein bisschen, sieht so aus, als wäre so eine Traditionslinie abgerissen. Diejenigen, die das Vakuum dann aufgegriffen haben, waren zum Beispiel die NPD oder eben diese völkischen Siedler, die ich erwähnt habe. Und im Moment haben wir ja eine Situation, wo die einflussreichsten rechten Gruppen, sprich die AfD, aber auch die Zeitschrift Kompakt, ja dezidiert antiökologisch sind. Also die Klimawandel, menschengemachten Leugnen, da gibt es welche, die sagen, den Treibhauseffekt gibt es gar nicht. Also das hat ja ein Niveau von, die Erde ist eine Scheibe, die das mit Verschwörungstheorien kombinieren. Also der sozusagen dominant, die gesellschaftlich dominante Rechte in der Bundesrepublik ist im Moment eher antiökologisch. Aber man muss eben aufpassen, weil es gibt auch in der AfD um den Konrad Adam, einem der ehemaligen Vorsitzenden, und auch einige Funktionäre aus der Herbert-Gruhl-Gesellschaft, die da aktiv sind. Es gibt so ein kleines Öko-Flügelchen, es gibt von Höcke von 2014, von der Rede, weiß man, dass sie sich da auf Postwachstum und Grenzen des Wachstums bezieht. Das heißt, es gibt diese Strömung auch in der AfD und ob die auf der Dauer so klein und marginal sind oder vielleicht auch irgendwann wieder zunehmen, das wissen wir nicht. Das kann man nicht voraussagen, da muss man nach wie vor genau hinschauen. Meine Sorge ist ein bisschen, diese ökologische Zerstörung ist ein gravierendes Problem, vielleicht das wichtigste Problem des 21. Jahrhunderts. Und ich denke, in dem Moment, wo das stärker wieder in die öffentliche Wahrnehmung kommt und nicht nur im Vorfeld von irgendwelchen Klimakonferenzen, dann wird die Rechte vermutlich versuchen, wieder stärker aufzuspringen. Der Philipp Stein von diesem Netzwerk 1% hat ja schon davon gesprochen, man müsse den Ökologiebegriff wieder von rechts aufgreifen, weil er dem ein großes Mobilisierungspotenzial zuschreibt. Und wie gesagt, aus dem Identitären Lager gibt es einige, wie den Guillaume Fay in Frankreich und den Benoit habe ich erwähnt. Also da gibt es schon Kreise in der Rechten, die da das im Auge haben und da jederzeit aufspringen könnten. Und deswegen ist es wichtig, damit sich auseinanderzusetzen. Und der andere Punkt ist, womit wir uns vielleicht noch stärker auseinandersetzen müssen, sind bestimmte Vorstellungen in der Umweltbewegung und innerhalb der Linken, die für die Rechten so Anknüpfungspunkte bringen. Also das eine ist der Renaissance des Heimatbegriffs, den ja auch die Grünen inzwischen wieder ganz toll finden. Das sind so Vorstellungen von Vielfalt der Kulturen, Recht auf Differenz, was es auf der Rechten auch gibt. Und weil du es auch erwähnt hattest, Kapitalismuskritik, der Herr Höcke spricht da auch davon, dass der Kapitalismus überwunden werden muss in dieser Rede von 2014. Aber er meint natürlich unter Kapitalismus was ganz anderes. Für die Rechten ist es immer nur, wenn dann überhaupt die Finanzsphäre, das Zinsnehmen. Die Nazis haben früher immer gesagt, das raffende Kapital, also eine Chiffre für das Judentum. Die Herrschaft der Ostküste, hätte der Jörg Haider dazu immer gesagt. Also die haben ein bestimmtes Verständnis von Kapitalismus, was mit der Marx'schen Analyse von Kapital überhaupt nichts zu tun hat. Im Grunde genommen ist dieser rechte Ansatz im Regelfall einer, hinter dem sich ein chiffrierter Antisemitismus versteckt. Aber auch da muss man natürlich als Linke versuchen, die Position zu schärfen. Und die Linke hat in den letzten 25, 30 Jahren da eher Boden verloren, indem sie von Globalisierung und Neoliberalismus spricht, anstatt sich wirklich mit Kapitalismus insgesamt zu beschäftigen. Also da sehe ich ein großes Einfallstor, was wichtig ist, wo man sich auseinandersetzen muss. Beobachtest du denn, dass Bewegungen, die per se nicht im rechten Rand zuzuordnen sind, also meinetwegen, sagen wir mal, ökologische Landwirtschaftsvereinigungen oder Atomkraftgegner, Leute, die versuchen, Braunkohletagebauten zu verhindern, also schaffen die das denn, sich gegen rechts abzudichten? Besteht da ein Bewusstsein? Ja, also das ist wirklich ein sehr großer Fortschritt gegenüber den 70er und 80er Jahren. Es ist relativ klar, als zum Beispiel rauskam, dass verschiedene Leute aus dem NPD-Umfeld und diesem völkischen Siedler-Szene da versuchen, in Antigentechnik-Initiativen mitzumischen, hat man die Leute rausgeschmissen. Es gab diese Versuche von Neonazis bei dieser jährlichen Demonstration gegen diese Landwirtschaftsausstellung Grüne Woche in Berlin, sich da reinzuhängen in die Demonstration. Demonstration, das wurde immer abgeblockt und abgewehrt. Also im Moment ist da, glaube ich, schon das Bewusstsein ziemlich hoch, dass man sich da abgrenzen muss, warum das verkehrt ist, was das für menschenverachtende Inhalte sind. Das sehe ich eigentlich ganz positiv bei den Umweltverbänden. Schwieriger ist es halt, wenn man es auf die Dauer nicht schafft, die eigenen Positionen zu schärfen und klar zu kriegen. Zum Beispiel diese Rede von der Vielfalt der Kulturen und dem Recht auf Differenz gegen eine globale Monokultur. Das sind so Sätze, die findet man oft in Erklärungen von Sozialforen, wo man sich denkt, hat jetzt da Alain de Benoit die Feder geführt? Natürlich soll jeder Mensch, wenn er irgendwo lebt, dort die Sprache sprechen und die Kleidung anziehen, die er mag und was auch immer. Aber einfach von einer Vielfalt der Kulturen, die es zu erhalten geltet, zu sprechen, halte ich für falsch, weil da übersehen wird, dass ja fast alle Kulturen innerhalb von Klassengesellschaften sind, von patriarchalen Gesellschaften. Also dass da immer damit verbunden sind, Ideologien und Praktiken der Ausbeutung der Herrschaft und der Ungleichheit. Und da ist nichts Erhaltenswertes dran. Ja, was ist denn damit gemeint mit so einem Begriff wie Recht auf Differenz? Was soll denn das heißen? Also die neue Rechte, man kann auch sagen, die etwas intelligenteren Nazis haben in den 70er Jahren diesen Begriff des Ethnopluralismus entwickelt. Das heißt, jetzt mal sehr verkürzt ausgedrückt, die Menschheit teilt sich in verschiedene Gruppen auf, in verschiedene Kulturen. Die haben sich weitgehend unabhängig voneinander an verschiedenen Orten dieser Welt entwickelt. Das sei der Ethnopluralismus und der soll möglichst erhalten bleiben. Sprich, die Leute sollen nicht hin und her auswandern und einwandern. Im Grunde genommen steckt die alte Vorstellung von keine Rassenmischung dahinter, aber ohne, dass man diese Begriffe verwendet. Und da wird auch sozusagen jede Kultur als statische, unveränderliche Einheit gesehen, letztlich als eine völkische Einheit, die es so zu erhalten gibt. Und da muss die Linke einfach klar machen, dass wir einen universalistischen Anspruch haben. Dass es gewisse Grundrechte gibt, die für alle gelten. Also dass Homosexualität, wer homosexuell lebt, hat ein Recht drauf. Dass Emanzipation der Frau, Freizügigkeit im Sinn von jeder kann dort hingehen, dort leben, wo er möchte. Dass das Grundrechte sind. Und dass auch die Vorstellung von Kulturen als voneinander abgeschotteten Einheiten vollkommen falsch ist. Also weil es zum einen immer Widersprüche gibt, Gegensätze, Subkulturen. Und zum anderen gibt es natürlich auch immer Entwicklung, gegenseitige Beeinflussung. Also die Vorstellung, die die neue Rechte da entwickelt hat, ist sachlich falsch. Aber sie ist leider sehr wirkmächtig. Und sie ist in die Köpfe von vielen Leuten in der Umweltszene und in der Linken eingedrungen. Und da, denke ich, gilt es, sich auseinanderzusetzen und die eigenen Positionen wieder zu klären und zu schärfen. Das bringt mich noch auf zwei Begriffe, die ich im Ankündigungstext zu deiner morgigen Veranstaltung gelesen habe. Und zwar die tiefen Ökologen. Was steckt da für eine Sicht dahinter? Also die tiefen Ökologie ist so ein Zweig, der auch in den 70er Jahren entstanden ist, verbunden mit einem Namen wie Arne Ness oder Fritjof Capra. Und das ist sozusagen ein dezidiert esoterischer Flügel der Ökologiebewegung. Also da findet sich auch ganz stark dieses Moment von Überbevölkerung und von keiner Einwanderung. Also der Ness hat es sehr stark betont. Aber im Wesentlichen jetzt ideologisch ist es eine esoterische Richtung, die einen sogenannten Biozentrismus pflegt. Das heißt, man sollte, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, man sollte sich sozusagen vom Anthropozentrismus, also davon, dass man die Dinge aus der Perspektive des Menschen sieht, davon sollte man sich verabschieden und sozusagen ganzheitlich denken. Ich stelle es mir jetzt schwer vor, mich in die Perspektive eines Affen oder eines Baumes oder was auch immer zu versetzen. Also ich glaube, rein erkenntnistheoretisch können wir ja gar nicht anders, als vom Standpunkt des Menschen auszudenken. Und das Problematische ist eben, dass in diesem Kontext dieser Tiefenökologie dann auch diese Vorstellung auftaucht, der Planet sei überbevölkert, wobei diese Tiefenökologen jetzt im Unterschied zur klassischen Rechten auch den Norden als überbevölkert ansehen. Also die wollen auch, dass Deutschland, Europa, in den USA, also auch da gibt es ihrer Meinung nach zu viele Menschen und auch da muss die Zahl der Menschen drastisch reduziert werden. Das unterscheidet die so von der klassischen Rechten. Und der andere Punkt ist, vor diesem Hintergrund dieser Annahme einer Überbevölkerung sind alle diese Gruppen immer pro Verhütungsmittel, pro Abtreibung gewesen und waren daher schon in den 70er Jahren immer im scharfen Kontrast zu so einer christlichen Rechten, sei es jetzt katholisch oder evangelisch, die das ja abgelehnt hat, als unnatürlich. Und deswegen konnten die sich auch oft so als irgendwie fortschrittlich präsentieren, was sie bis zu einem gewissen Grade, was jetzt den freien Zugang zu Verhütungsmitteln oder zu Abtreibungen betrifft, ja auch richtig ist, aber sie haben das immer in diesen Kontext gestellt, es gibt eigentlich zu viele Menschen. Und ein Teil dieser Szene, insbesondere Earth First, hat halt als Perspektive, sie wollen zurück zur Wildnis, so nennen sie das auch. Das heißt, denen geht es um viel mehr als nur Umweltzerstörung stoppen, sondern sie wollen eigentlich einen Planeten, in dem mehr oder weniger die Wildnis wieder dominiert und vielleicht noch zwei Milliarden Menschen übrig bleiben, die dann in einigen Städten und verstreuten Siedlungen leben. Und wie man das so schnell hinkriegen will, ohne dass man da zu mörderischen Maßnahmen greift, das ist natürlich sehr fraglich. Da gibt es immer die Lippenbekenntnisse, wir sind da strikt gewaltfrei. Aber der Dave Foreman zum Beispiel, der Mitgründer von Earth First, der spricht ja dann auch davon, dass man bei Hungerkatastrophen in Afrika möglichst nicht helfen soll, weil die Natur sich selbst reguliert. Es gibt jetzt so, oder auch so gibt es dann so Vorschläge aus der Szene, dass man Entwicklungshilfe dran koppelt an Bevölkerungsreduktion. Also mal abgesehen von der ganzen Problematik der Entwicklungshilfe, die lassen wir jetzt hier mal weg, aber das sind so die Vorstellungen. Und gerade auch die amerikanischen Anhänger solcher Richtungen sind strikt gegen eine Einwanderung in die USA, weil die wollen auch in den USA möglichst viel Wildnis erhalten oder wieder schaffen. Und deswegen gäbe es dort so viele Menschen, sagen die. Das ist ein Ansatz, der durchaus, ja, der sehr gefährlich sein kann, weil ich denke, der kann schnell eine größere Resonanz bekommen. In der Schweiz gibt es eine Gruppe, die heißt Ecopop, und die haben vor einigen Jahren über 120.000 Unterschriften gesammelt für so ein Konzept. Also einerseits These über Bevölkerung des Planeten. Dann haben sie gefordert, man müsste sozusagen die Bevölkerungszahl der Schweiz an das Maximum festlegen, eine Obergrenze und die Einwanderung entsprechend regulieren. Und die haben am Ende bei der Volksabstimmung in der Schweiz über 12 Prozent Zustimmung bekommen. Also man sieht, da ist ein ganz schönes Potenzial, wenn man sozusagen eigentlich klassisch rassistische Haltungen, nämlich Einwanderung zu stoppen, mit diesem Öko-Thema und dieser Vorstellung von der Überbevölkerung, die ja gar keine Grundlage hat, insofern als eigentlich alle aktuellen Prognosen zeigen, dass sich dieses Bevölkerungswachstum reduziert und dass wir wahrscheinlich im Jahr 2100 in den Schrumpfungsprozess weltweit eintreten. Aber man sieht, dass trotz dieser Prognosen das durchaus ein Thema ist und eine Herangehensweise, die eine gewisse Resonanz in Teilen der Bevölkerung hat. Und deswegen ist sie gefährlich.